Herzlichen Glückwunsch! Tschüss! Herzlichen Glückwunsch! Was geht, Freunde aus? Willkommen bei Switch Rüber und Let's Rock! Papi Paps Geburtstag! Oh mein Gott! Papi Paps Geburtstag! Oh mein Gott! Papi Paps Geburtstag! So fresh und so clean! Heute ist Papa Wutz Tag! Papa Wutz muss Wutzen gehen! Papa! Papa muss Wutzen gehen! Das ist gut! Papa, ich wünschte du hättest böse Krebse an deinem Geburtstag! Das wünsche ich jedem Papa! Oh oh! Ho ho! Was? Ok, der ist tot! Hahahaha! Solange Papa arbeitet, können wir alle Geburtstagsüberraschungen vorbereiten! Hoffentlich machen sie gerne Spaghetti mit Schokolade! Hahahaha! Als erstes dein Geburtstagskuchen! Hahahaha! Wir brauchen Butter, Zucker und Mehl! Hahahaha! Hahahaha! Dann nehmen wir Butter, Zucker und Mehl! Dann nehmen wir Kuchen! Mama Wutz backt allen Schokokuchen! Da brauchst du doch die Kuchen nicht mehr selber machen, wenn du da noch Kuchen mit reinmachst! Kuchen! Papa Wutz liebt Schokokuchen! Dann alles verrühren! Mama! 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 So wird das mit der Schokolade aber nicht! Mama! Hahahaha! Daff ich rühren? Nein! Nein! Ich! Nee! Hehehehe! Gut gemacht, Schorsch! Bitte sehr! Hurraaa! Wir müssen ihn nur noch in den Ofen schieben! Misch schieben! Misch schieben! Misch schieben! Boah! Der Ofen hält so nicht lange! Das muss frech ich dir! Den Löffel ablecken! Du kannst den Löffel able- Mama den Löffel ablecken! Und Schorsch legt den Löffel aus! Yippie! Hahaha! So funktioniert's! Das ist super! Das muss ich mir merken! Au! Ich scheiß mich ein, Alter! Mama! Papa anrufen! Das ist keine schöne Idee! Eee! Das Telefon ist aber riesig, Alter! Das übertrifft fast den Schnell von der... Eee! Warum sieht das Büro aus wie ein Kinderspielzimmer, Mann? Hahaha! 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 Er ist ewig Wort lassen, dann einfach wieder auflegen! Haha! Super! Das könnte irgendwo... Das könnte Microsoft Support sein! Hallo? Herzlichen Glückwunsch, Papa! Pfff! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Hahaha! Herzlichen Glückwunsch! Tschüss! Hahaha! Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz! Hahaha! Armer Papa Wutz! Papa Wutz kommt wieder nach Hause! Ja, ich würde auch gleich wieder wegfahren! Wieso ist das Auto noch ganz? Das ist doch voll explodiert, Mann! Oh! Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz! Heute kriegt ihr nur herzlichen Glückwunsch zu hören, Mann! Hahaha! Hahaha! Wie? Das sind aber viele Kerzen! Weil du eben schon sehr, sehr alt bist, Papa! Hahaha! Ja, voll! Hahaha! Voll gedessen! Hahaha! Hahaha! Hahahaha! 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 Dankeschön! Ja! Schütter als erstes ein Geschenk! Neue Gummis! Fantastisch! Hahaha! Das ist ein gutes Geschenk! Das ist ein gutes Geschenk! Sehr gut! Die probiere ich gleich an! Hihihi! Papa Wutz trägt seine Geburtstagsgummistiefel! Papa Wutz hat eine kleine Pfütze entdeckt! Mal sehen, ob die Gummistiefel funktionieren! Die Pfütze ist ein bisschen zu klein für Papa Wutz! Wieso sollten die nicht funktionieren? Ich bräuchte hier eine größere Pfütze! Haha! Warum versuchst du es nicht mal hier drüben, Papa Wutz? Oh! Oh! Was ist denn das? Das? Das ist unsere Geburtstagsüberraschung! Hahahaha! Was denn eine Pfütze? Hahahaha! Fantastisch! Hahahaha! Papa Wutz liebt es in Matschepfützen herumzuspringen! Ach, klar! Alle lieben es herumzuspringen! Ach, zum Teufel war das, Alter! Hahahaha! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit und nicht abonnieren! In diesem Video verabschiede mich und bin damit raus! B69. kanal! Gip A Nein On On De Noah